Ja moin, ich bin Andi, Fotograf in Kiel und Umgebung und ich begrüße euch zu einem neuen Video zum Thema Immobilienfotografie. Ich habe lange nichts von mir hören lassen, das liegt daran, dass mich die vergangene Hochzeits- und Kitasaison tierisch überrannt hatte und ich einfach überhaupt keine Zeit hatte, Videos zu machen. Die Zeit habt ihr aber genutzt, um ganz viele Fragen zu stellen. Sei es in Kommentaren unter verschiedenen Videos, sei es per E-Mail, sei es per Facebook oder Instagram, Chat oder wie auch immer. Viele von diesen Fragen habe ich da auch schon beantwortet, aber ich dachte, ich sammle das einfach mal und mache ein Video dazu, wo ich die Fragen im Video nochmal beantworte, dann haben nämlich alle was davon. Und da ich gerade etwas gehandicapt bin, ich hatte einen kleinen Unfall und habe mir die Hand gebrochen, bietet sich das doch an, denn fotografieren darf ich eh nicht. Das heißt, lehnt euch mal zurück und hört mir ein bisschen beim Quatschen zu. Auf geht's! Die Fragen haben keine besondere Reihenfolge, ich habe sie einfach in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie sie mich erreicht haben, so in etwa jedenfalls. Und wir starten mit Nummer 1. Warum Flambient und nicht HDR? Eine Frage, die tatsächlich ziemlich häufig kommt. Ich persönlich finde, dass man Flambient-Bilder viel schneller machen kann als HDR. HDR, für alle, die es nicht kennen, bedeutet High Dynamic Range und man macht drei oder mehr Fotos, also mehrere Aufnahmen für eine Lichtsituation, die man dort hat. Häufig ist es bei Immobilien ja so, dass es drinnen wesentlich dunkler ist als draußen und man komplett ausgefressene weiße Fenster hat, wenn man die Belichtung für drinnen korrekt einstellt. Und man hat einen schwarzen Raum, wenn man die Belichtung für draußen korrekt einstellt. Und diese verschiedenen Belichtungen kann man kombinieren mit verschiedenen Programmen, sei es Photoshop, sei es Lightroom und Capture One können das mittlerweile auch intern irgendwie regeln. Die Sache bei diesen, bei HDR ist aber immer, dass man nur das Licht verwendet, was vor Ort vorhanden ist. Das heißt, verschiedene Leuchtmittel. Mancher hat LEDs zu Hause, mancher Glühbirnen, manchmal beides. Dann hat man vielleicht die Situation, dass es im Vorgarten eine große Rasenfläche gibt, wo die Sonne drauf knallt und die Decke neben den Fenstern ist komplett grün, weil das Licht vom Rasen durchs Fenster an die Decke reflektiert. Man hat also x verschiedene Farbstiche an verschiedenen Stellen im Raum und müsste in der Nachbearbeitung jeden Farbstich einzeln behandeln. Und das ist mir viel zu aufwendig. Wenn ich im Gegenteil dazu hingehe und meine Belichtung so einstelle, dass ich das Ambient-Licht, das vorhandene Licht, ein bisschen aussperre und den Raum mit Blitzlicht flute, dann haben alle Wände meine Blitzfarbe, nämlich normalerweise 5600 Kelvin, so in der Größenordnung. Dann habe ich meine Farbe korrekt und die Lichtstimmung, die benutze ich aus dem Ambient-Bild. Wie genau das funktioniert, erkläre ich ja in verschiedenen Videos. Ihr kennt die Serie. Im Zweifel schaut ihr noch mal in diesem Video. Da muss ich ihn zeigen. Da, in diesem Video. Da erkläre ich, wie man das Ambient-Bild zusammenbaut und woher welche Farbe kommt und woher die Lichtstimmung kommt etc. pp. Erkläre ich da oben. Woher weißt du, wie stark der Blitz arbeiten muss? Welche Einstellung man am Blitz wählt, ist natürlich von Raum zu Raum unterschiedlich. Das kommt mit der Zeit, mit der Erfahrung. Ich weiß zum Beispiel, dass ich so einen normal großen Raum, also auch immer das ist, so weiß ich nicht, 4x4 Meter oder so in der Größenordnung, da muss ich meinen Profoto A1-Blitz ungefähr auf 8,5 bis 9 stellen, damit ich mit einem Blitz schräg hinter mir Richtung Decke und Wand den Raum vor mir vernünftig beleuchten kann. Das ist natürlich von Raum zu Raum unterschiedlich, von Wandfarbe zu Wandfarbe unterschiedlich, von Blitz zu Blitz unterschiedlich. Das kann man nicht pauschal beantworten. Das heißt, am einfachsten ist es, man nutzt das Histogramm, um zu gucken, ob die Belichtung passt. Das erkläre ich in diesem Video hier oben. Wenn das Histogramm mit dem größten Hügel, der da irgendwo drin steht, ein kleines Stückchen rechts von der Mitte ist, dann ist die Belichtung korrekt und lässt sich gut nachher in Photoshop zu einem Flaming-Bild zusammenfügen. Es ist eine Erfahrungssache, man muss es am Anfang probieren, aber das Histogramm ist ein sehr guter Indikator, ob man auf dem richtigen Weg ist. Wann verwendest du den Blitzschirm? Zum Blitzschirm habe ich ein extra Video gemacht. Den verwende ich immer dann, wenn ich nicht an die Wand oder an die Decke blitzen kann. Man hat manchmal Räume, wo die Decke holzverkleidet ist oder knallebunt angemalt, rot-gelb-grün kariert, weiß der Geier, was da für ein Licht zurückkommt, wenn man da hin blitzt. Dann handelt man sich wieder Farbstiche ein, die man durch das Blitzen ja genau ausmerzen möchte. Deswegen benutze ich dann, wenn die Decke kein neutrales Licht zurückgibt, einen Blitzschirm, damit ich mehr oder weniger neutrales Licht im Raum habe. In dem Fall benutze ich dann einen speziellen Lichtschirm, der hinten dicht ist, damit auch das Licht, was aus dem Schirm raus nach hinten reflektiert wird, weißer Durchlichtschirm ist das, damit das nicht an die Wand scheint und mir von da wieder irgendeinen Farbstich in den Raum gibt. Auch dazu gibt es ein extra Video, das verlinke ich mal da oben. Ich zeige viel in diese Ecke, stelle ich mir, merke ich gerade. Viele Fragen sind in meinen Videos schon beantwortet. Schaut doch mal nach, da oben. Löst du beim Blitzen in großen Räumen immer den Hauptblitz zusammen mit dem zweiten aus oder kann man auch einen Blitz dafür verwenden und den an verschiedenen Stellen auslösen? Tja, das kommt immer ein kleines bisschen drauf an. Wenn der Raum sehr, sehr groß ist, dann habe ich einen Blitz immer neben der Kamera stehen, damit der Vordergrund um die Kamera ringsherum immer alles gleichmäßig beleuchtet ist und dann laufe ich mit einem und vielleicht sogar mehreren Blitzen im Raum rum und beleuchte die verschiedenen Stellen, beziehungsweise den Raum an verschiedenen Stellen, um ihn insgesamt nachher gleichmäßig mit Blitzlicht zu füllen. Auch das erkläre ich in einem Video, das verlinke ich euch da oben. Es kann manchmal sein, dass der Raum nicht so riesig ist, dass das notwendig ist. Dann mache ich einen Blitz für den Vordergrund und laufe dann mit dem gleichen Blitz im Raum und mache vielleicht eins rechts und eins links. Das funktioniert immer dann gut, wenn die Bereiche, die vom Blitz beleuchtet werden, einigermaßen überlappen, sodass ich dann in Photoshop diese zwei, drei, vier, fünf Bilder, wie viele es auch immer sind, nachher so zusammenbauen kann, dass es keinen Bereich gibt, wo kein Blitzlicht gewesen ist. Das heißt, je größer der Raum, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich den ersten Blitz immer, den Hauptblitz sozusagen an der Kamera immer mit auslöse. Je kleiner er wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Blitz ausreicht. Vielleicht sogar nur einer hinten an der Kamera und fertig. Bei ganz bisschen größeren Räumen einmal an der Kamera für den Vordergrund und dann vielleicht einmal rechts und einmal links, damit ich es nachher zusammenfügen kann. Es ist abhängig von der Raumgröße. Ich muss also sagen, es kommt darauf an, wie so oft. Und bei vielen Dingen kommt es einfach auf die Situation an. Warum arbeitest du in Photoshop mit JPEGs und nicht mit RAWs? Vorweg, in Photoshop kann man gar nicht mit RAWs arbeiten, denn alle Bilder, die als RAW-Bild bei Photoshop ankommen, landen dort in Camera RAW. Das heißt, ich kann sie als Photoshop in einer ebenen Struktur gar nicht bearbeiten. Ich muss daraus erst was anderes machen. Das mache ich aber in Capture One in meinem Fall. Das heißt, ich muss irgendwas anderes als ein RAW an Photoshop übergeben. Ich fotografiere natürlich immer alles in RAW, denn ich möchte alle Bearbeitungsmöglichkeiten ja haben. Selbst wenn ich Hochzeiten fotografiere und mit zweieinhalb bis dreitausend Fotos nach Hause komme, das ist immer alles in RAW fotografiert und verbraucht eine Menge Speicherplatz. Wenn ich aber für Immobilienmakler fotografiere oder für Ferienwohnungsverwaltungen, die ihre Fotos hauptsächlich in den üblichen Online-Portalen einstellen wollen, da kriegt nie jemand ein Bild in größer als 1000 Pixel Kantenlänge überhaupt zu Gesicht. In Ausnahmefällen vielleicht mal. Dafür habe ich ja dann immer noch Reserve. Der Prozess ist aber mit JPEGs wesentlich schneller. Das heißt, ich kann Bilder schneller öffnen, schneller speichern, schneller bearbeiten. Deswegen arbeite ich da mit JPEGs. Für den Fall, dass tatsächlich mal Designbüro XY oder Architekturfirma Tralala ein großes Bild haben möchte, ein Bild riesig drucken will, dann habe ich ja immer noch die RAWs und kann hingehen und den gleichen Prozess nochmal mit PSDs oder TIFF-Files machen, einfach um die ganze Datenmenge, Bit-Tiefe und was nicht alles dazu gehört, noch zu haben. JPEGs in diesem Fall also nur, damit mein Prozess so stromlinienförmig wie möglich ist und ich nicht Ewigkeiten am Rechner sitze und warte, bis Daten gespeichert sind. Und mein Rechner ist nicht der langsamste. Das ist ein Mac Pro mit ein bisschen Power unter der Haube und trotzdem 45 Megapixel Bilder von einer Nikon D850 sind einfach groß. Und die Zeit, die ich am Rechner verbringe, die zahlt einfach keiner. Jedenfalls nicht in der Form, wie ich ihm das wünschen würde, geschenkt. Das muss einfach schnell gehen und JPEGs sind klein und schnell. Wohin blitzt du bei Kugelpanoramen? Das Thema Panorama-Fotografie, also Kugelpanoramen, virtuelle Rundgänge, gab es auf meinem Kanal noch nicht. Das kommt aber. Ich mache virtuelle Rundgänge mit Flambient-Fotos. Ich verlinke euch mal einen, wenn er noch online ist. Bin mir nicht sicher, ob der noch online ist, unten in meiner Videobeschreibung. Ich blitze in dem Fall schräg nach hinten, so dass das Blitzlicht, also dieser Fleck vom Blitzlicht in dem Fisheye-Bild nicht zu sehen ist. Ein Fisheye hat fast 180 Grad Blickwinkel. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man nach oben blitzt, dass man nicht dahin blitzt, wo die Kamera das noch sehen kann, sondern immer ein bisschen schräg nach hinten. Es kommt dann ein bisschen darauf an, wie der Raum geschnitten ist. Wenn ich nach hinten blitze und da ist keine Wand, dann kriege ich ja kaum Blitzlicht nach vorne zurück. Dann halte ich auch manchmal einen Reflektor dahin. Ich werde demnächst ein Tutorial auch dazu machen, weil das schon so ein bisschen speziell ist. Gerade in der Nachbereitung, wenn man die Bilder zusammenstitcht, dann sieht man ganz häufig die Stitching-Nähte sozusagen, wenn man da nicht aufpasst. Wie das genau funktioniert, erzähle ich bei Gelegenheit. Dazu wird es ein Video geben, wenn ich wieder darf. Aber im Großen und Ganzen schräg nach hinten. Welchen Weißabgleich verwendest du? Meine Kamera steht beim Shooten immer auf automatischem Weißabgleich. In 90% der Fälle liegt die Kamera mit dem, was sie so denkt, ziemlich richtig, gerade beim Blitzbild und da nehmen wir ja die Farbe her. Es ist müßig, beim Ambient-Bild einen Weißabgleich extra auf irgendeiner Karte zu machen. Von dem Bild benutzen wir sowieso gar keine Farben. Das können wir theoretisch auch in Schwarz-Weiß fotografieren. Spätestens in Photoshop als Ebene im Luminanz-Modus ist es quasi ein Schwarz-Weiß-Bild. Das heißt, beim Ambient-Bild ist der Weißabgleich vollkommen Wurst. Beim Blitzbild ist er wichtig. Meine Kamera steht meistens auf automatischem Weißabgleich, einfach weil die Kamera sehr, 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 sehr häufig richtig liegt. Wenn es wirklich um die Wurst geht und ich irgendeine besondere Immobilie fotografiere, wo es wirklich darauf ankommt, nehme ich meine Graukarte mit und wenn ich die vergessen habe, dann benutze ich eine spezielle Technik, um den Weißabgleich da rauszukitzeln. Auch dazu, wer hätte es gedacht, gibt es bereits ein Video. Das findet ihr da oben. Warum schleppst du so viel Equipment mit? Die Frage bezieht sich auf ein Video. Das ist Nummer zwei, glaube ich, das Shooting vor Ort. Da habe ich mir den Spaß gemacht und habe ein kleines bisschen Vorgeschichte gefilmt, wie ich da Koffer schleppend das Treppenhaus muss und so weiter. Das ist ein kleines bisschen übertrieben. Bei der Wohnung im Speziellen wusste ich aber nicht, worauf ich mich einlasse. Ich hatte keinerlei Informationen, was genau mir da begegnen wird, was genau ich fotografieren muss, wie groß die Räume sind und so weiter. Deswegen habe ich vorsichtshalber ein kleines bisschen mehr Equipment mitgenommen. Ich hatte damals noch Lichtstative, große Lichtstative mit und auch meinen Priolight 500 Wattsekundenblitz, den ich ab und an für sehr große Räumlichkeiten auch schon verwendet habe. Mittlerweile ist mein ganzes Kit ein kleines bisschen geschrumpft. Ich habe den Profoto B10 Blitz mir besorgt, der einfach mit den anderen Blitzen kommunizieren kann und das ist sehr, sehr entspannt damit zu arbeiten, sehr zuverlässig. Das ist insgesamt sehr viel leichter geworden. Aber es ist häufig so, dass ich bei Jobs, wo ich den Kunden gefragt habe, was haben wir denn vor, das und das und das, dann nehme ich trotzdem 10 bis 20 Prozent mehr Zeug mit, weil ganz häufig der Kunde sagt, ach, wo sie gerade hier sind, können wir nicht noch schnell dies. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt im Plan, aber ich kann dann, wenn man dann da steht und sagt, nee, kann ich nicht, haben wir nicht besprochen. Das wäre zwar manchmal richtig, weil man es nicht besprochen hat, aber man sieht einfach besser aus als Dienstleister, wenn man da steht. Ach so, natürlich kann ich das. Kein Problem. Kleiner Augenblick. Ich gehe kurz zum Auto und hole noch eben einen Blitz, habe ich natürlich alles dabei. Wirkt einfach für den Kunden netter, professioneller, als wenn man dann da steht und sagt, ja, nee, sorry, muss ich noch mal wiederkommen. Darum schleppe ich manchmal mehr als unbedingt nötig. Wie viele Bilder machst du pro Auftrag? Das muss ich mit einem Kommt darauf an beantworten. Wenn ich jetzt eine Immobilie fotografiere, sagen wir ein Haus, was verkauft werden soll, dann suche ich mir schöne Blickwinkel pro Raum, also mindestens ein Flambient-Bild, meistens zwei, je nachdem, ob es bestimmte Blickachsen gibt, die ein bestimmtes Feature von diesem Raum zeigen. Sofa-Ecke, Fernsehecke, Blick aus dem Fenster. Ich fotografiere dann aber gerade bei Häusern auch häufig technische Details. Wie alt ist die Heizung? Was für Anschlüsse sind wo im Keller? Wie sieht der Sicherungskasten aus? Muss ein Käufer potenzielle Mehrkosten, mit potenziellen Mehrkosten rechnen, weil die Sicherungen von Arno Knack sind und dringend ausgetauscht gehören, weil der FI-Schalter, keine Ahnung, zwei Sekunden braucht, um zu reagieren? Das sind Dinge, die dann einfach dazukommen. Aber grundsätzlich ein bis zwei Flambient-Aufnahmen pro Raum. Außenaufnahmen bei einem Haus mindestens von jeder Seite des Hauses einmal, plus den Garten, plus vielleicht Gebäude im Hintergrund, also im Garten oder im Gartenschuppen oder sowas. Alles das, was dein Käufer irgendwie erwirbt und worauf der sich einstellen muss, das gehört fotografiert. Wie viel das im Detail sind. Es sind mal 15 und mal 35 und mal sind es 50 Bilder. Je nachdem, welche Immobilie das ist, wie groß die ist, wie viele Details es gibt, die der Kunde vielleicht wissen sollte, bevor er zuschlägt. Das kommt immer drauf an. Bei Ferienwohnungen ist es so, da mache ich ein paar mehr Flambient-Aufnahmen, denn gerade die eine Verwaltung, mit der ich nicht viel zusammenarbeite, die hätten gern einfach ein kleines bisschen mehr Auswahl bei dem, was sie dem Kunden zeigen. Da mache ich häufig vier Aufnahmen, also aus jeder Ecke des Raumes eine Aufnahme. Plus, wir wohnen hier direkt am Wasser und wenn man einen Fördeblick hat, Kieler Förde hat, also wenn man einen Blick auf die Kieler Förde hat, so ist es richtig, dann will man den natürlich auch zeigen. Das heißt, dafür mache ich möglicherweise ein Extra-Bild. Auch da ist es schwer zu sagen, wie viele Bilder genau pro Auftrag ich denn mache. Es kommt immer ein kleines bisschen drauf an. Bei einem virtuellen Rundgang werden es dann ja erheblich mehr, die ich mache. Der zusammengebaute Rundgang ist ja dann schwer zu erklären, wie viele Bilder das sind und eigentlich sind. Es kommt drauf an, lässt sich pauschal nicht beantworten und kommt eben drauf an, wie groß ist die Immobilie, ist es ein Haus, ist es eine Wohnung, will ich einen Rundgang, habe ich einen Ausblick und so weiter und so fort. Im Durchschnitt sind es, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich werde euch die Zahl rausfinden und dann hier einblenden. So viele Bilder mache ich im Durchschnitt in Immobilien. Kann man von Immobilienfotos leben? Puh, das muss ich mit einem eindeutigen Jein beantworten. Das, was ich tue, also Immobilien im Sinne von für die üblichen Portale fotografieren und Ferienwohnung, Verwaltung, dafür Fotos machen, würde ich eher sagen nein. Dafür sind die Aufträge zu klein. Wenn man jetzt aber hingeht und fotografiert für eine Immobilienfirma, also eine Architekturfirma oder ein Designbüro, da kriegen die Bilder ja dann einen ganz anderen Wert. Da kann es sein, dass die Bilder als Werbefotografie oder als Corporate-Fotografie angesehen werden. Da kann man vielleicht einen Tagessatz aufrufen, den man für eine Bildstrecke nehmen kann. Man kann vielleicht das Verwendungsrecht extra berechnen und, und, und. Da könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen was geht. Das sind dann aber spezielle Kunden. für das, was so, naja, schnell rein raus, schnell verkaufen, schnell das nächste Objekt anpacken, sozusagen das, was Immobilienmakler natürlich normalerweise tun. Die wollen ja auch ihr Geld verdienen und nicht ewig auf einer Immobilie sitzen. Da würde ich eher sagen nein. Da sind die Tagessätze oder Stundensätze oder je nachdem, nach was man da rechnet, nicht groß genug, um davon wirklich zu leben. Oder man müsste eben verdammt viele Dinger fotografieren. Bei mir ist es immer ein bisschen Mischkalkulation. Ich hatte am Anfang ja gesagt, die Hochzeitssaison ist heftig. Die ist im Sommer. Da sind alle Ferienwohnungen vermietet. Da komme ich da gar nicht rein zum Fotografieren. Und wenn die Hochzeitssaison zu Ende geht, dann geht auch die Urlaubssaison zu Ende. Und dann sind die Ferienwohnungen wieder frei und ich fange wieder an, Ferienwohnungen zu fotografieren. Bei mir ist das also so ein kleines bisschen so eine Mischkalkulation zwischen dem einen und dem anderen. Deswegen habe ich im Sommer viel mit dem einen zu tun und im Herbst und im Winter dann viel mit dem anderen. Ich komme ganz gut über die Runden, sagen wir mal so. Reich würde ich mit nur Immobilienfotos sicherlich nicht. Welchen Funkauslöser verwendest du? In mehreren Videos sieht man, wie ich einen Funkauslöser an die Kamera tüdel und bastel und anschließe. Das handelt sich dabei um den Pocket Wizard Plus X. Das ist im Prinzip eigentlich ein Blitzauslöser. Der wird oben auf die Kamera gesteckt, oben auf den Blitzschuh und hat nur einen Mittelkontakt sozusagen. Das heißt, in dem Moment, wenn die Kamera ein Bild macht, ich auf den Knopf drücke, kriege ich dieses Teil das Signal, ein Signal zu schicken. Sprich ein Funksignal an den anderen Kollegen. Das heißt, man braucht ein Pärchen von diesen Dingern, die miteinander reden können. Den halte ich also normalerweise in der Hand und wenn ich auf den Testbutton drücke, dann sendet er ein Signal an das andere Gerät. Und das wiederum ist mit dem passenden Kabel an der Kamera angeschlossen. Dabei handelt es sich um ein Kabel auf der einen Seite mit der kleinen Klinke, 3,5 mm, wenn ich mich nicht irre. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich wird das jetzt nicht wirklich scharf und beleuchtet schon mal gar nicht. Der 9-Pol-Stecker, der für Nikon eben der Stecker ist, mit dem Auslöser angeschlossen werden, der kommt hier vorne an die Kamera, an diese Buchse und wird da festgeschraubt tatsächlich. Die Buchse ist bei jeder Nikon-Kamera genau gleich. Das ist sogar bei den neuen Z-Kameras, Z9, Z6, Z7 und wie sie alle heißen, immer noch vorhanden. Und selbst bei meiner alten F4, glaube ich, habe ich im Schrank stehen. Selbst da ist das genau die Buchse. Also das Ding ist auf jeden Fall an jeder Nikon dran. Und mit diesem Kabel wird dann der Pocket Wizard zu einem Kameraauslöser. Das ist die ganze Herrlichkeit. Ich persönlich finde Pocket Wizards relativ teuer. Den habe ich, wie gesagt, ursprünglich als Blitzauslöser gekauft, weil ich dachte, das wäre das Nonplusultra. Der hat mich schon ein paar Mal hängen lassen. Es gibt Alternativen. Sucht einfach nach Fernauslöser für Nikon-Kameras. Die machen im Grunde alle das Gleiche. Also viel falsch machen kann man damit nicht. Das war es schon wieder für heute. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, löchert mich gerne per E-Mail, per Chat, per Kommentar unterm Video. Egal, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Ich bin mindestens noch sechs Wochen, vielleicht sogar acht Wochen außer Gefecht, je nachdem, wie es geht. Die nächsten Videos, die ich machen werde, werden also mit Sicherheit in dieser Art ungefähr sein. Wenn ihr also Fragen habt, die ihr dringend beantwortet haben wollt, jetzt wäre der Zeitpunkt. Dafür habe ich gerade echt Zeit. Schade eigentlich, aber irgendwas ist ja immer. Ach so, eine wichtige Frage zum Schluss. Andi, was hast du eigentlich mit deiner Hand gemacht? Ich würde jetzt gerne eine glorreiche, heldenhafte Geschichte erzählen, wie ich irgendwen vor einem fahrenden Zug gerettet habe oder so. Nein, ich habe mit meinen Kindern getobt und habe beim Versuch, ein Kuscheltier zu fangen, gegen einen Türrahmen gehauen. Dabei hat der Mittelhandknochen gesagt, bis hierhin und nicht weiter und hat gesagt, knack, jetzt habe ich ein Draht in der Hand, der kommt in ein paar Wochen wieder raus und ich darf acht Wochen lang nicht fotografieren. Das tut nicht mehr weh, aber die Psyche, alter Schwede, ich will wieder Fotos machen. Katastrophe. In diesem Sinne, don't try this at home. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.